Hallo, mein Name ist Lara und ich werde dich durch den Lernvideozyklus zum Thema Vielecke führen. Bevor wir starten, noch ein paar Infos zum Video. Immer wenn du das blaue Pausenzeichen siehst, solltest du das Video kurz stoppen. Im heutigen Video wirst du ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck und einen roten und grünen Bund oder Filzstift brauchen. Also bereite das am besten gleich vor. Um diesem Video gut folgen zu können, solltest du wissen, was ein Dreieck ist und was ein Viereck ist, sowie verschiedene Arten von Dreiecken und Vierecken kennen. Falls das nicht der Fall ist, schaust du dir am besten die verlinkten Videos an und kommst dann zu diesem zurück. Da du dein Vorwissen nun überprüft hast, können wir mit dem Thema dieses Videos starten. Nimm dir dafür einen Stift zur Hand und notiere dir eine mögliche Antwort auf die Frage, was ist ein Vieleck auf einem Blatt Papier. Zeichne auch eine Figur, die deiner Meinung nach ein Vieleck sein könnte, mit Hilfe deines Geodreiecks und bewahre deine Notizen für später auf. Bevor ich dir die Antwort auf diese Frage einblende, gibt es eine kleine Aufgabe. Du siehst nun verschiedene Figuren mit dazugehörigen Buchstaben darunter. Notiere dir auf deinen Zettel die Buchstaben derjenigen Figuren, die deiner Meinung nach Vielecke sind. Jetzt wird es Zeit, uns die Antwort auf die Frage, was ist ein Vieleck genauer anzusehen. Vielecke sind Figuren mit mindestens drei Ecken, die durch gerade Strecken verbunden sind. Man nennt sie auch Polygone. Das ist ein griechisches Wort. Es setzt sich aus Poly, das heißt viel und Gon übersetzt Winkel zusammen. Genau genommen bedeutet Polygon also Vielwinkel. Wir nennen es aber Vieleck. Da Vielecke mindestens drei verbundene Ecken haben müssen, gehören auch Dreiecke und Vierecke zu ihnen. Und stimmt das mit deiner Antwort von vorhin überein? Hast du etwas ähnliches geschrieben? Mithilfe dieses Wissens kannst du nun überprüfen, ob die Figuren, die du vorher ausgewählt hast, tatsächlich Vielecke sind. Schau dir die Figuren noch einmal genau an und überprüfe deine Antwort von vorhin. Ich werde die Aufgabe nun auflösen. Bis auf die Figuren C und J handelt es sich bei allen um Vielecke, da sie drei oder mehr Ecken haben, die durch gerade Strecken verbunden sind. Stimmt die Lösung mit deiner Auswahl überein? Sieh dir nun deine Skizze vom Beginn des Videos an. Hast du tatsächlich ein Vieleck gezeichnet? Wenn ja, Gratulation. Wenn nicht, auch kein Problem. Wir haben schließlich gerade erst mit dem Thema angefangen. Weiter geht's mit der Einteilung von Vielecken. Man kann Vielecke in regelmäßige und unregelmäßige Vielecke einteilen. Regelmäßige Vielecke haben gleich lange Seiten und gleich große Innenwinkel. Ein Beispiel ist ein regelmäßiges Achteck. Es hat acht gleich lange Seiten sowie gleich große Innenwinkel und wird Oktagon genannt. Unregelmäßige Vielecke hingegen haben entweder unterschiedlich lange Seiten oder unterschiedlich große Innenwinkel. Es kann aber auch beides der Fall sein. Fällt dir ein Viereck ein, das zu den unregelmäßigen Vielecken gehört? Ein Beispiel wäre das Rechteck. Es hat zwar vier gleich große Winkel, aber nicht vier gleich lange Seiten. Es gibt natürlich auch andere. Wie sieht es bei den Dreiecken aus? Kennst du eines, das zu den unregelmäßigen Vielecken gehört? Zum Beispiel das rechtwinkelige Dreieck. Es hat sowohl unterschiedlich große Winkel als auch unterschiedliche Seitenlängen. Unregelmäßige Vielecke werden oft auch als zusammengesetzte Figuren bezeichnet, da man sie in kleinere, bekannte Drei- und Vierecke unterteilen kann. Hier siehst du ein Beispiel für ein unregelmäßiges Siebeneck. Um die Einteilung in regelmäßige und unregelmäßige Vielecke zu üben, gibt es wieder eine kleine Aufgabe. Hier siehst du unsere Vielecke von vorher. Du solltest den Zettel, auf welchem du die Buchstaben notiert hast, jetzt vor dir liegen haben. Nimm nun einen roten und einen grünen Stift zur Hand und kreise die Buchstaben der regelmäßigen Vielecke rot und die der unregelmäßigen grün ein. Hast du B, D, E, F und H rot eingekreist? Super, das ist richtig, da diese Figuren gleich lange Seiten und gleich große Innenwinkel haben und somit regelmäßige Vielecke sind. Auf die Figuren A, G, I und K trifft das nicht zu. Bei ihnen handelt es sich um unregelmäßige Vielecke und sie gehören daher grün eingekreist. Stimmt das mit deinen Kreisen überein? Wenn nicht, pausiere kurz und überlege, wodurch ein Fehler entstanden sein könnte. Schau dir dazu noch einmal genau die angeführten Merkmale der jeweiligen Gruppen an. Sieh dir nun die Zeichnung von vorhin an. Hast du ein unregelmäßiges oder ein regelmäßiges Vieleck gezeichnet? Kannst du es auch benennen? Zum Beispiel Fünfeck, Sechseck oder Siebeneck? Schreibe mir die Antwort gerne in die Kommentare. Zum Abschluss gibt es drei kleine Quizaufgaben, um die Inhalte dieses Videos zu festigen. Bereite dir dafür Papier und Stift vor. Für die erste Aufgabe sollst du den Lückentext ergänzen. Notiere die eingesetzten Wörter auf deinem Zettel. Die fehlenden Wörter waren mindestens drei und Polygone. Nun siehst du einige Figuren aus dem Alltag. Notiere die Nummern der Figuren, die keine Vielecke sind. Du solltest die Nummern 1, 8 und 10 auf deinem Zettel stehen haben, denn der Donut, der American Football und der Knochen sind keine Vielecke. Die letzte Aufgabe ist etwas schwieriger, aber ich bin mir sicher, du schaffst sie. Du siehst nun mehrere durchnummerierte Vielecke. Darunter stehen verschiedene Bezeichnungen mit einem Buchstaben davor. Notiere dir auf deinem Zettel die Nummern und die dazugehörigen Buchstaben. Überprüfe deine Notizen mit der angeführten Lösung. Konntest du alle Bezeichnungen richtig zuordnen? Das war's auch schon für heute. Wir haben in diesem Video geklärt, was ein Vieleck ist, uns den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Vielecken angeschaut und Beispiele dazu gefunden. Im nächsten Video nehmen wir zwei bestimmte regelmäßige Vielecke unter die Lupe und du wirst lernen, wie man den Flächeninhalt dieser berechnet. Um welche beiden Figuren es sich handelt, das erfährst du im Basic Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal!